so willkommen zurück eine neue folge kept of industry wird aufgezeichnet ich habe ein bisschen nahrungsprobleme vier monate hier das ist nicht ganz so geil obwohl ich hier noch eine farm dazu gebaut habe ich habe mich jetzt entschlossen die brotproduktion schon anzuschmeißen damit möchte ich hier hinten hin beginnen baue hier felder dann das hier runter da ist es nur die frage wie man es mit der wasserversorgung fällt mir gerade in der sekunde ein weil ich wollte es eigentlich auch auf die wasserversorgung hier den großen tank noch zur sicherheit hin weil hier wollte ich die wasserversorgung ausnutzen weil die momentan nicht ausgenutzt wird das natürlich die frage wenn ich brot produziere und jetzt noch weizen farben mit dem wasserversorgung könnte es natürlich ein bisschen eng werden aber das muss ich jetzt beobachten meine große wasserversorgung die wird ja hierhin geplant sobald ich weiß nicht habe ich das letzte mal schon gesagt keine ahnung sobald hier aufgeschüttet ist dauert halt noch ein kleines bisschen so aber theoretisch moment der hier genau der ist schon wieder fertig und ziehe ich dem jetzt mal die zwei lkws ab und die zwei bagger schickt die sowieso auch mal grundsätzlich in die aufwertung schleife und weiß die dem hierzu dann können die nämlich hier viel schneller planieren dann wird hier vielleicht auch schneller aufgeschüttet hier sind wir beim aufschütten tatsächlich erst mal fertig der bevölkerung geht jetzt ähnlich ja ich muss mich jetzt tatsächlich erst mal um die nahrung zu sorgen kümmern deswegen werde ich jetzt auch mal schwindigkeits mäßig mal kurz runter gehen so wäre es nicht schlecht wenn man fahrt weg freilassen und zwar brauche ich jetzt erstes mal hier oben fahrzeug rampe und nach oben geht sowieso nicht viel so habe ich nicht viel platz doch möchte ich das dahin pflanzen jetzt plötzlich nicht mehr aber das eu nehmen halt hier scheint nicht so wichtig zu sein ich das jetzt hier so also so sieht es halt so sieht es halt hässlich aus aber wenn ich so baue dass ich dann später hier zum beispiel straßen platzieren kann dann habe ich ja hier ewig viel platz aber auf der anderen seite warum nicht so gerade egal so 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 nach hinten brauche ich eigentlich doch theoretisch schon weil ich könnte hier eine ramp und könnte ich hier auch ein fahrweg freilassen und hier noch die zweite weizenform hinsetzen dann könnten wir nämlich hier mit dem band unten durchlaufen so 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 das läuft jetzt hier unten entlang Wenn ich hier dran vorbeikomme, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, eins am anderen. Hier kommt jetzt wieder Nahrung hinterher. Warum stockst du? Das ist schon alles ziemlich arsch langsam, wenn man auf der normalen Geschwindigkeitsstufe spielt, muss ich sagen. Wieso gar nicht mehr gewohnt? Also hier kommt jetzt wieder Nahrung. Halt hier bitte reingucken. Ja, die haben kaum noch Kartoffeln da und eigentlich auch kaum noch Gemüse, aber es kommt jetzt wieder was. So. Dann müssen wir schon ein bisschen schön bauen, dann wird das halt jetzt so. Ist dann halt so. So, aber dann läuft hier der Weizen raus. Im Prinzip kann ich das eigentlich schon mal bauen lassen. Auch wenn ich noch keine Wasserversorgung dran habe, das kann ja dann selber einfach bewässert werden vom Regen, solange bis die Wasserversorgung gebaut ist. Die nehme ich jetzt hier einfach vorbei. Ne, ein bisschen weiter drüben. So, hier entlang laufen. Und wir drehen hier mal so rum, bitte. So, hier ist es wieder. So, hier ist es wieder. So, jetzt bin ich hier. So, jetzt sind wir jetzt mal wieder. So, jetzthilfe. Das ist schön. So, jetzt haben wir jetzt wieder. eigentlich soll ich jetzt hier auch zwei weg machen aber ich muss jetzt nur eins weg hinten kommt da nicht mehr so viel hier kann ich schon mal potenziell hier eins zu viel platz gelassen jetzt drei auf der einen seite in zwei auf der anderen seite ist tatsächlich so eigentlich geht das gar nicht moment das ist doch hier dann nicht hier ist es nicht so er wusste als der fehler ist auf der selben die passt nicht leid aber das geht nicht es passt halt die wieder nicht das ist nicht mittig durchläuft aber das ist mir jetzt egal dann läuft es nach rechts versetzt das ist wie diese eklige schönbauerei ja entfernt das bitte schnell verdammt sowas nicht geplant so naja egal so so wollen wir das haben schnell liefern und das muss man halt denen hier wieder hier wird aber kein gemüse angebaut hier wird schön weizen angebaut und hier wird auch schön weizen angebaut genau so so dann baut mir mal das rohr hier das auch das ne das bauen wir noch nicht und das kann man schon mal bauen so jetzt haben wir hier ein schönes band das jetzt am besten hier rüber fährt aber eigentlich müsste es ja eins höher gehen wie kriege ich das jetzt elegant da oben drüber so indem ich mir eine brücke baue deswegen dem ding abhalten ich will nicht die geht nicht weil das band im weg ist ok dann muss ich tatsächlich noch höher machen moment aber ich solls ne ne ach der kann das nicht ach der kann das nicht so rum entgegennehmen ist ja scheiße und da muss ich halt so runde fahren ja da kann man so eine schöne brücke drüber warten kleine sekunde 0 monate nahrung nicht gut wo alt sind mir gerade vom husten die tränen gekommen so ich lasse das trotzdem so stehen man hätte es auch jetzt ohne aufzug machen können ich dachte das kann man so wunderbar wie ich es als erstes gebaut habe aber der bringt das nur nach oben und leider nicht nach unten was ich extrem schade finde dann sind das ja nur aufzüge die in eine richtung funktionieren aber gut damit kommen wir auch klar so damit wird jetzt weizen angebaut weizen wird auch mit wasser versorgt jetzt muss ich brot raus machen das will ich ehrlich gesagt ein bisschen weiter hier ich habe ja hier so viel platz also nahrungsmittel lebensmittel herstellung mühle da kommt dann auch tiernahrung raus moment als erstes nehme ein und drücke f die gehen auch andersrum das wäre natürlich sehr schön dass die auch was nach unten befördern ne die transportiert nicht nach unten also mit f drehe ich ihn ja nur da ändert sich leider nichts die ein- und auslassrichtung ändert sich leider nicht oder muss ich ihn frischen nehmen ach ich muss ihn ganz frischen nehmen ich habe den kopiert ok ich habe nichts gesagt es lag dran weil ich den kopiert habe ja ich hab's ja verstanden für mich ist das ein neuer wir haben übrigens die fortgeschrittene verhütterung schon jetzt kommt der brecher und dann haben wir es dann so einen Moment jetzt muss aber das hier muss jetzt erstmal in ein lager reinlaufen machen das ein bisschen weiter hier drüben das weicht ja irgendwann mal aber trotzdem ich habe ja platz deswegen muss ich momentan ja nicht ich muss ja nicht alles eng auf eng bauen so ok ich hab's zu nah gebaut Moment wir machen das jetzt mal so nicht ist Untertitelung. BR 2018 So. Dann läuft der Weizen erstmal da rein. Und dann kommt er jetzt in die Mühle. Ich baue diesmal auch gleich zwei. Mühle hier. Dann kann ich es nicht so gut bauen. Dann brauche ich es auch gar nicht erst probieren. So. Hier brauchen wir allerdings kein Wasser. So. Jetzt kommt hier dann Tiernahrung raus. Müssen wir den vielleicht noch spielen? Oder kann ich es so lassen? Ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall brauchen wir eine Backanlage, die jeweils genau das abnimmt. Das bedeutet, wir können zwei Backanlagen brauchen 16 Wasser dafür. Was ich mir erstmal hier nehmen wollte. Auf jeden Fall brauche ich die Wasser. Moment, ich könnte eigentlich auch ein Zwischenlager wieder bauen. Aber ich brauche nicht gleich übertreiben mit den Riesenlingern. Kostet eh so viel. Okay. 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 Und hier haben wir jetzt das Tierfutter, das hier auch irgendwo lagern sollte. Das Tierfutter hier, das ist klar, ah doch es geht sogar, kann ich sogar so oben drüber führen. Dann kann ich hier das Tierfutter ablagern, hier kommt das Mehl rein. Hier machen wir zwei Backanlagen, die beide Wasser brauchen, ob ich ein bisschen Platz lassen sollte. Ist das so? Aber nur der Optikhalber machen wir das jetzt so. So, hier kommt Wasser rein. Wasser kommt aber von der anderen Seite. Erstmal habe ich hier die Seiten wechseln, also nicht die Seiten wechseln, aber die Fließrichtung. Ich mache es mit einer Rampe, damit auch Bagger unter Umständen durchfahren können. So, wobei eigentlich habe ich hier einen separaten Ausgang, der nicht belegt ist. Nehme ich doch einfach den. So, das führt dazu. Ähm. Ja, okay. Jetzt ist es ein bisschen blöd gebaut. Hier ist eh genau diese eins zu weit drüben. So ist er auf der Linie. Was dazu führt, das ist gut. Kann ich nämlich hier noch ein Förderband durchführen. Was denn hier das Brot bringt. Rein theoretisch ist das relativ gut gebaut, sodass ich das jetzt in diese Richtung erweitern kann, dann müsste ich nur das hier einmal abreißen. Dann könnte ich in diese Richtung noch mehr Mühlen hin machen und noch mehr Bäcker hin machen. Dann müsste ich es einfach in diese Richtung erweitern. Das war jetzt tatsächlich nicht so geplant, gebe ich zu. Aber es ist jetzt gar nicht mal so dumm gelaufen. Jetzt könnte ich aber hier schon mein Pufferlager einbauen. Hallo. was macht er so bitte so und hier darfst du jetzt da oben drauf genau weil von hier aus wäre es zu kurz gewesen so hier auch priorität aus und priorität ein so und dann hätten wir hier das pufferlager und dann ich halte mich gerade so mit dem essen immer wieder geht es ein bisschen hoch bisschen runter haben wir hier auch oben drüber bis zu diesem ist zu diesem punkt hier muss ich den hier abreißen bitte und wir machen eine mittlere fahrzeug konnte daran wieso getrauen ach da brauchen wir beton für ok so und wofür schützt hier nach unten genau wir stellen hier wieder oben drüber moment bist du jetzt ne ne du warst nicht so genau das band läuft genau oben drüber auch verdammt durch das ganze ding abgerissen so so jetzt ist fixiert ok ab hier geht es nicht mehr wegen dem rohr bis das rohr im weg ist wenn ich denn jetzt wo ich jetzt den lebensmittel markt den lebensmittel markt will ich hierhin machen gehen wir jetzt einfach hier nach unten machen wir einfach hier ein stück früher nach unten jetzt reißen wir das ding ab bzw wir kopieren es und setzen es da an die ehemalige müllverbrennungsanlage an die ehemalige müllverbrennungsanlage an den schönen lebensmittel markt hin das hier kann man eigentlich auch schon mal löschen das ist eine fehlere das könnte man in die verbrennungsanlage bringen so hier ist so ein lebensmittel markt hin ach gott habe ich jetzt ein flaches band gebaut ne moment ach ich bin hier am falschen ich dachte doch flaches waren so vollkommen richtig ich hab doch rot so weiß nicht ob ich hier die lkw es irgendwie kommt das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so 100 prozent aber wegen dem rohr habe ich jetzt nicht irgendwie so großartig die wahl außer ich baue das rohr um ich werde mich am liebsten hier über dem fahren wobei es wäre theoretisch schon möglich weil das rohr kann eventuell bis eventuell sogar ganz genau bis hier oben fahren müsste was das teste ich jetzt mal weiß dass man kurz ab hier verdammt es geht ein feld zu spät ich kann es hier nicht mehr höher setzen ich habe jetzt zwei möglichkeiten und die erste möglichkeit werde ich nutzen ich weiß einfach das hier ab es wird abgerissen und einfach ein feld weiter vorne runter gezogen da kommt schon leute beeilt euch mal ein bisschen so genau es geht nämlich jetzt einfach hier nach unten ja genau so und jetzt müsste es theoretisch zumindest theoretisch möglich sein dass ich mit dem hier genau hier oben drüber fahren ja moment da gehen wir eins nach unten und dann geht es nämlich hier an dann kann ich das hier wieder wegnehmen dann bin ich damit ein bisschen zufriedener wie vorher genau so und das wäre dann die weizenversorgung ich hoffe zwecks im wasser es reicht zumindest für den anfang noch so hier ist kein wasser warum kommt hier so wenig wasser hier läuft wasser hier läuft wasser hier läuft wasser auch naja kommt schon recht wenig wasser durch und das hier geht ja gar nicht sehe ich gerade habe ich ihn hier gebaut ich starte jetzt mal kurz das sollen die auch ohne einigkeit ich verliere gerade einigkeit warum auch immer so bau mal bitte so dürfen wir das mal bauen das hier das geht ja echt gar nicht da müssen wir intervenieren da müssen wir intervenieren da müssen wir intervenieren hier hinten kommt trotzdem kaum wasser an also der wassertank geht so der ist quasi leer der ist leer der ist leer da ist eigentlich auch so überall fast gar nichts drin der ist eigentlich auch leer und in dem ist gar nichts drin das bedeutet hier kommt es kaum wasser an ich meine hier kommt auch kaum wasser also hier ist auch nicht voll hier ist eher leer wo ist denn da wo ist denn hier das problem hier irgendwo ich habe hier ich habe hier eine 1er rohrleitung als kleine stück dazwischen gesetzt vorhin als ich das umgebaut habe das ist der flaschenhals das geht mir bestimmt gleich komplett alles aus das ganze wasser muss ich halt vorüber geht eine dritte pumpe machen wobei so weit weg dürfte da hinten eigentlich mein aufschüttungsgebiet doch es ist schon noch gut ich habe natürlich jetzt auch lange zeit auf langsam laufen lassen wegen der nahrungsproblematik dauert schon noch ein bisschen auch mittlerweile ist die verhütung und wenn der brecher da ist dann kann ich hier endlich umbauen das sind natürlich alles teile ohne ende aber okay jetzt sind wir erstmal hier an der weizenproduktion ja gut weizen kommt da nicht so mega viel raus ich weiß auch gar nicht ob die zwei felder reichen hier läuft der weizen auch schon raus sobald das dann mal gebaut ist so rezept haben wir hier ausgewählt hier haben wir kein ach hier gibt es nur ein rezept ok das ist rein theoretisch wenn das hier gebaut ist das hier machen wir mal brio ja machen wir mal brio weil dann kann da weizen durchlaufen dann könnte das ganze eigentlich schon mal angeschmissen werden weil eigentlich alles da ist dann könnte das erste brot produziert werden bis der rest hier dann fertig ist ok wir sind über die deutlich über die halbe stunde hinaus deswegen mal an der stelle schluss und wenn wir dann zurück sind dann ja habe ich hoffentlich die nahrungsproblematik ein bisschen in den Griff gekriegt der brecher ist dann erforscht und dann können wir auch mal an die anderen sachen gehen also bis dahin macht's gut ciao